Hallo na, moin Freunde, was geht ab? Heute mal ein bisschen anderes Video, könnte man jetzt sagen, ja. Wir haben uns gedacht, wir schauen uns auch einfach mal so die Kommentare genauer an, die ihr so hinterlassen habt. Danke. Danke. Ohne euch wäre dieses Video nicht möglich. Ich würde es mal gut geredet, danke schön. Und wir sagen, viel Spaß damit. Moiz wie in Meister. Moiz wie in Paul. Zieht euch definitiv mal mehr Hard Bass rein. Das Zeug ballert zwinkendes Zunge ausstreckendes Gesicht explodierender Kopf. Oft sitzen geblieben? Egal. Alle elf Minuten verliebt sich ein Paar über Hallona. Ich liebe mein Leben. Aber der Richtige fehlt noch. Ich parsche jetzt. Alle elf Minuten verliebt sich ein Paar über Hallona. Wo war der Creator Code? Schlechtes Video? Du, du, frag, frag, frag. Ich muss, ich muss dir was erzählen. Ja? Wir haben jetzt einen Support-Creator-Code. Wir? Ja! Hören wir auf. Doch! Halleluja! Doch, ja! Gond. Einfach, einfach Gond in den Shop eintragen. Zack! Supporter-Sodes. ist nicht wahr also gold in den shop eintragen und glücklich können es auf ihre super ihr vögel albert mir viel zu viel man hat mal vorgespult das längste gelaber von euch dauerte knappe zwei minuten trotzdem core ct dass ihr reportagen supporter und verlinkt core ct sprachniveau würde ich so jetzt nicht verwenden aber bin ja auch politiker abo schnäuer das doch die idee und ich weiß schon wenn ich anrufen soll so wir rufen jetzt flo der flo abgehoben an ja ei flo pass auf ich habe die idee klär uns doch mal ein paar abos echt wie viele hast du denn so 70.000 irgendwie bruder ehrenmann was willst du dafür haben einen dicken kuss an eine stelle die du dir aussuchen darfst wo sind die 70k raute beste youtuber größte ehrenmann lachender smiley ach quatsch ihr seid die besten basti kurs geht raus i doubt it alte seid ihr fett und kacke also wenn ich 99 kilo wiege und ein kilo chips esse bestehe ich dann zu ein prozent aus chips hat euch das gefallen war gerade verwirrt warum schnippst du schon wieder aber okay damit du weißt wo ich bin ja wenn euch das gefallen hat gerne positiv negative bewertung noch mal kommentare genau so wenn den zweiten teil sehen wollt lasst es uns wissen ja mit kommentaren daumen ist das ihr wisst wie das läuft ihr seid doch im business bis dahin halt die haare lasse wehen ich liebe mein leben nur die richtige fehlt noch ich parschuppe jetzt an angst sie 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 Bis zum nächsten Mal.